Dieser praktische Ford Custom 250 TDCi könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Dieser 2,5 Tonner Kastenwagen LKW kann ca. 600 Kilo transportieren. Mit dem Ladewohnen EasyClean und der Seitenverkleidung ist der Wagen gut geschützt. Dieser Wagen kommt mit Winterreifen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort für drei Personen. Im Bedarfsfall können Sie unter den Beifahrersitz durchladen. Das Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Fahrerairbag und Trennwand. Zum Radio gehört auch ein USB-Anschluss und eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem robusten, praktischen und dennoch sehr formschönen Ford Custom werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie ihn einfach Probe. Das Team von Nussmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen sind. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Vielen Dank.